Janu-Shir-Shakasana, die Kopf-Knie-Stellung, ist eine andere Bezeichnung für Pashjimottanasana, die Vorwärtsbeuge. Sitze mit gestreckten Beinen, atme ein und hebe die Arme hoch. Atme aus und beuge dich nach vorne, fasse mit den Händen um die Füße und gib den Kopf Richtung Knie. Das ist Janu-Shir-Shakasana, die Knie-Zum-Kopf-Stellung oder eigentlich Kopf-Zum-Knie-Stellung.